Zwei kleine Schnuffi. Das ist der größte Selbstbekenntnis der Europa-Archite der Welt. Sein Name ist Hans Söder, der kommt aus Bad Reichenhaus. Latein-Asianisch. Und er ist schön fürs Glücksleben. Und zwar bedankt, dass ich dabei im Publikum, bei allem und auch bei jedem Gott. Dafür, dass er so schön vorstellt. Untertitelung des ZDF, 2020 In der letzten Zeit, über die Untertitelung des ZDF, 2020 In der letzten Zeit, über die Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich fahrgut, wenn ich fahrgut gewolle, halt einmal ein bisschen lohn. Ich möchte die Preise machen, ich möchte dann schon so zu dir. Ja, so ist es. Und dann würde ich sagen, wir sagen mal Dankeschön. Ihr könnt sehen, dass die Kapelle an einem Dankeschön zum Publikum sagt. Und deswegen, Herr Peter, Herr Christiane Lüb. Ja, genau, wir sagen Dankeschön, was ich so schön mitgemacht habe bisher. Nein, das kann sich alles noch weiterarbeiten. Das hätte sich schon zu verklaufen, würde ich sagen. Also wir kommen jetzt noch nicht mehr. Wollen wir mal ein bisschen reden hier? Aber so nehmt ich. Vielleicht machen wir lieber eine Musik. Schau das. So. Auf, ey. Ich fahrgut nicht nur in die Hälfte, aber auch ich schon da oben. Ich möchte die Preise mal ein Donches zum Zug. Ja. Komm, ey jub Art. Ich rede mich Spiegel it up So what else are you fighting? Spiegel it up Little Thunder Spiegel it up Spiegel it up Oh you're gonna get Spiegel it up Little Thunder Spiegel it up Oh you're gonna go Spiegel it up Mit dem Dörr an die Hüsterstieh Mit dem Dörr an die Hüsterstieh Mit dem Dörr an die Hüsterstieh